Endlich wieder Eishockey im Zwinger der Kassel Huskies und das in einer rund erneuerten Eissporthalle. Wir waren mit der Kamera dabei und haben uns umgesehen, was sich in den letzten Wochen alles verändert hat. Wir waren mit der Kamera. Wir waren mit der Kamera. Und nun heißt es Huskies kämpfen und siegen.